Detektor FM destilliert. Die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM. Herzlich willkommen und hallo im August 2024. Es ist Wahnsinn, wie dieses Jahr so vorbeizieht. Aber es ist so, wir sind schon im achten Monat angekommen. Und hier bei Detektor FM destilliert ist es ja gute Sitte, dass ich mir jemanden dazu hole, mit dem ich über die Höhepunkte im jeweiligen Monat hier bei Detektor FM spreche. Und in diesem Monat ist es mal wieder eine Premiere. Diesmal ist es nämlich Marc Zimmer. Hallo Marc. Ja, hallo. Du warst noch nie bei Destilliert zu Gast, ne? Nee, irgendwie nicht. Hat sich irgendwie nie ergeben. Irgendwie hat es bisher noch nicht gepasst, aber jetzt passt es auf jeden Fall. Bevor wir darüber reden, will ich dich ganz kurz vorstellen. Du bist freier Journalist. Also du bist nicht festangestellt bei Detektor FM. Viele Leute fragen ja immer, wie ist das da bei euch? Wer arbeitet da? Es gibt freie Leute und es gibt Festangestellte. Und du bist aber schon seit vielen Jahren bei Detektor. Es sind bald zwölf, seit ich mein erstes Praktikum hier gemacht habe. Du zählst mit. Das ist sehr krass. Es ist wirklich krass. Wir werden ja dieses Jahr 15. Das heißt, du bist fast von Anfang an schon mit dabei. Und seit vielen, vielen Jahren machst du den Spektrum-Podcast. Darüber sprechen wir auch hier in dieser Episode noch ein bisschen ausführlicher. Aber du bist eben nicht nur oder ausschließlich bei Detektor, sondern du arbeitest auch noch zum Beispiel für den MDR oder fürs ZDF und andere. Du hast zum Beispiel die Faschojägerin gemacht. Das haben vielleicht viele gehört für den MDR. Jetzt fürs ZDF hast du gerade eine Doku mit Eva Schulz gedreht. Thüringen, wie stehst du zu Höcke im Rahmen von dieser Serie Deutschland, warum bist du so? Kommt am Montag raus, wenn man es jetzt früh hört, eine 5. August. Genau, 5.8. kommt die raus. Alle drei folgen eben zu den drei Landtagswahlen, die uns jetzt im Osten bevorstehen. Ja, das sind also so Sachen, die du machst. Und dann beschäftigst du dich seit über fünf Jahren mit Wissenschaftsthemen. Also wahrscheinlich schon länger, aber mit dem Spektrum-Podcast. Kannst du dich da noch daran erinnern, wie das mal losging? Also ich habe nochmal zurückgeguckt. Es war tatsächlich April 2019, also schon mehr als fünf Jahre her. Ja, da kam die erste Folge und ich würde sagen, so ein paar Wochen oder Monate vorher war es eine E-Mail von dir, glaube ich. Irgendwie, Marc, kannst du mal vorbeikommen? Ich hätte da vielleicht eine interessante Sache für dich. Du sagst, ich habe vielleicht vorher schon Wissenschaftsthemen gemacht. Eigentlich gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Und das hat mich auch so ein bisschen eingeschüchtert am Anfang, weil, naja, ich bin jetzt kein Naturwissenschaftler. Und wir haben ja schon viele Themen aus der Naturwissenschaft vor allem. Ich bin klassisch geisteswissenschaftlich ausgebildet und irgendwie dann in den Journalismus abgedriftet, wenn man so sagen will. Ist bei mir ja so ähnlich. Und nicht so ganz untypisch in der Branche, dass man eher nicht Naturwissenschaften studiert hat. Absolut. Und als wir dann aber die Gespräche mit Spektrum geführt haben und klar wurde, dass der Host, der ich in dem Fall dann bin, auch wirklich so eine fragende Laienrolle einnehmen kann, da dachte ich so, ja cool, weil interessieren tun mich die Sachen dann schon sehr. Und ich finde auch, ist sehr wichtig, hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen, Pandemie und so weiter, dass man Wissenschaftsthemen auch runterbricht und das eben nicht alles in dieser akademischen Bubble. Die ist wichtig, ohne Frage, sonst kann man keinen Fortschritt erzeugen, aber da muss man irgendwie auch das nochmal rausholen für ein Publikum, was einfach halt dann einen Podcast hören will vielleicht. Und dann hast du damals gesagt, ja, finde ich interessant, könnte ich mir vorstellen. Hättest du da gedacht, dass das mal über fünf Jahre geht? Überhaupt gar nicht. Also wirklich nicht, weil erstens ist irgendwie, keine Ahnung, da war ich Ende 20. Da guckt man jetzt nicht fünf Jahre weit vielleicht unbedingt und dass wir das jetzt einfach schon so lange machen, ist echt krass. Auch so, ich habe nochmal jetzt im Zuge des Jubiläums so ein bisschen die Themen durchgeguckt, die wir so gemacht haben. Was da alles dabei war, ist wirklich, also der Name ist wirklich Programm beim Spektrum-Podcast. Wir decken eigentlich das ganze Spektrum ab und bei manchen Sachen taucht dann nochmal so eine Erinnerung auf. Denkst du, ah ja, krass, das hast du überhaupt nicht verstanden damals in der Vorbereitung oder dann ist der und der Podcast dabei rausgekommen. Also es ist schon crazy. Ja, verrückt. Und jetzt die 200. Episode, die ist auch besonders. Die ist besonders, weil wir haben das fünfjährige Jubiläum im April so ein bisschen verpennt, ehrlich gesagt alle und haben aber gesehen, zufällig haben wir auch diese 200. Folge jetzt. Und das ist schon ein Meilenstein, weil quasi 200 Mal sich verabreden, zu Themen sprechen, die auch immer wieder ein bisschen verändern. Wir sind gewachsen. Am Anfang war es bei den Redakteurinnen und Redakteuren von Spektrum, die da immer zu Gast sind, dann ja ein sehr kleiner Kern. Jetzt hat sich das geweitet auf die Leute von Spektrum Gesundheit, Gehirn und Geist. Die Themen sind breiter geworden. Größeres Spektrum, ja. Ja, größeres Spektrum. Es ist so. Und irgendwann sind wir auch gewechselt ja von der monatlichen auf eine wöchentliche Erscheinungsweise. Und so haben wir jetzt wirklich jede Woche ein neues Thema und springen da ja immer kreuz und quer. Ich glaube, ich habe in den letzten vier Wochen irgendwie von Quantengravitation bis hin zu Hirnforschung und so irgendwie alles drin gehabt. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ja, eine 200. Folge dachten wir uns dann, dann machen wir mal was Besonderes. Und ich bin dann nach Heidelberg gefahren, wo Spektrum der Wissenschaft ja sitzt, bin da ins Verlagshaus gegangen und habe mich getroffen mit einigen Redakteurinnen und Redakteuren, die die beliebtesten Folgen in den letzten fünf Jahren gemacht haben. Also die, die am meisten gehört worden sind. Da gucken wir nochmal drauf zurück und reden auch mit denen so ein bisschen. Für die war das ja auch alles neu mit Podcast. Das sind eigentlich Print- oder Online-RedakteurInnen. Ja, ja. Die es so vorher auch nicht gab. In dieser Form auf keinen Fall. Für uns nicht ganz untypisch, weil wir haben ja zum Beispiel mit der Brand 1 auch eine Kooperation. Ich habe da jetzt mal nachgezählt seit über acht Jahren. Also auch irre. Da ist es auch ein bisschen so, Print-Redakteure haben irgendwie Podcasten gelernt. Wir haben irgendwie gelernt, mit deren Themen umzugehen und so. Aber was man hier definitiv sagen kann, das ist ja auch echt ein Überraschungserfolg. Also das kann ich vielleicht an der Stelle auch so offen sagen, wir machen relativ viele Podcasts, aber der Spektrum-Podcast ist der, der in den letzten Jahren echt am stärksten gewachsen ist, die meisten Hörerinnen und Hörer gewonnen hat, extrem erfolgreich ist. Also rein, was die Zahlen angeht. Ich habe mal nachgeguckt, über zehn Millionen Mal sind die Folgen irgendwie abgerufen worden. Das heißt natürlich nicht zehn Millionen Hörer. Könnte rein theoretisch auch einer sein, der zehn Millionen Mal gehört hat. Eher unwahrscheinlich. Ja, das war ich. Aber wir haben über 250.000 Abonnentinnen und Abonnenten, also eine Viertelmillion Leute, hat diesen Podcast in ihrer Podcast-App des Vertrauens irgendwie abonniert. Das ist schon irgendwie krass, was da die letzten Jahre so passiert ist. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, es gab so einen kleinen Fame-Moment oder ich glaube sogar mehrere. Mindestens einmal hat Felix Lobrecht auch den Spektrum-Podcast empfohlen. Ja, das hat man auch. Da war ein Knick in den Zahlen nach oben auf jeden Fall. Ja, da hat er mal gesagt, dass er das wohl ganz gerne hört. Ist aber auch schon eine Weile her. Ja, das stimmt. Ist eine Weile her. Hat aber damals so einen richtigen kleinen Schub gegeben. Irgendwie, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünftausend Abonnenten gab es dann irgendwie mehr durch nur diese eine Erwähnung in gemischtes Hack. Also erstaunlich. Aber es könnte durchaus sein, dass er regelmäßig den Podcast immer noch hört. Also er hat damals gesagt, dass er den irgendwie gut findet. Ja, hat er auf jeden Fall gesagt. Und er scheint ja auch, wenn man da so reinhört, sehr viele Wissenschafts-Podcasts auch zu konsumieren. Das ist definitiv so. Gibt es für dich irgendwie so einen Moment, wo du sagst, ja krass, das ist für mich irgendwie so ein Besonderes. Besonderer Moment in fünf Jahren Spektrum-Podcast? Ich saß mal im Zug gegenüber von jemandem und habe auf seinem Handy gesehen, dass er ihn hört. Und er persönlich nicht kannte, einfach auf dem Vierersitz. Da war es erst mal so, dass ich dachte, hui, okay, ja, irgendwie, ne? Es ist so ein Moment, wo man sieht, okay, Leute konsumieren das. Man sieht nicht nur eine Zahl, die ja auch manchmal schwer greifbar ist. So was sind zehn Millionen Abrufe? Kann man irgendwie nicht so als Host auf jeden Fall. Es ist schön zu hören, aber wenn man eine Person sieht, die es wirklich hört, ist es cool. Habe ich sofort eine Nachfrage. Hat er es in der Bahn-App gehört oder auf seinen eigenen, weißt du das zufällig? Ich glaube, es war Spotify. Ah ja, okay. Aber genau, in der Bahn-App, das ist nämlich noch ein anderes Thema. Genau, dafür haben wir nämlich auch gesorgt. Total, du sitzt halt in der Bahn und scrollst da irgendwie durch das Entertainment-Angebot. Dann ist da plötzlich auch der Spektrum-Podcast drin. Das sind so Sachen. Und tatsächlich auch manchmal, dass Leute, ich irgendwie beruflich, lernt man ja sehr viele Leute kennen, wenn man ein freier Journalist ist, ist man viel unterwegs irgendwie. Und manchmal, es ist schon ein paar Mal passiert, stellt sich, nachdem man schon ein paar Tage zusammen gearbeitet hat oder interviewt hat oder so, sagt irgendjemand, sag mal, deine Stimme kommt irgendwie bekannt vor. Und dann stellt, ach, du machst den Spektrum. Ah, okay. Ja, so, ne? Das ist echt schön. Das kann ich übrigens spiegeln, das geht mir bei Brand1 manchmal so, dass ich irgendwie Interviews habe oder so und dann jemand sagt, ich hab mal eine doofe Frage, sind Sie der Brand1-Podcast-Sprecher und so? Machen Sie auch den? Und dann, naja, also es ist spannend, weil man hat ja, man sieht ja die Hörerinnen und Hörer logischerweise nicht. Jetzt ist ja auch wieder so, wir stehen uns zwar gegenüber, aber wir wissen nicht genau, wer hört er zu, warum hört er oder sie zu. Und wenn man dann im Real Life auf die Leute trifft, ist das schon irgendwie ganz spannend. Wie geht's weiter? Also wann kommt diese Episode raus? Wann kann man sie hören? Jetzt gerade, ne? Genau. Seit 2.8. ist die online und ist ein bisschen länger, als wir es normalerweise gewohnt sind. Bisschen mehr Themen und ein bisschen bunter auch. Und man hört ein bisschen, wie wir Kuchen essen bei Spektrum und wie wir da so ein bisschen rumlaufen und uns unterhalten. Und ich verrate in diesem Podcast auch exklusiv, warum das Mikrofon bei Spektrum der Wissenschaft immer noch keinen Mikrofonständer hat, sondern auf dem Schuhkarton montiert ist und wird das auch nicht ändern. Sehr gut. Also wenn hier diese Folge von Detektor FM destilliert erscheint, dann könnt ihr auch in die Spektrum-Episode reinhören. Und habt ihr auch schon Pläne gemacht für die nächsten 5 Jahre? Ne, also Themenpläne sowieso nicht. Wer weiß, was da noch um die Ecke kommt. Hoffen wir, es ist keine Pandemie oder irgendwas. Thematisch war das natürlich super. Super interessant, die ganzen Virenforschungen und so. Aber kann ich darauf verzichten. Ich glaube, viele von uns oder alle. Und ansonsten wird, glaube ich, einiges passieren, was noch so Weltraummissionen in den nächsten Jahren betrifft. Da ist Spektrum ja auch immer sehr, sehr nah dran. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Und KI war zuletzt auch, waren immer sehr erfolgreiche Folgen auch. Und ich finde es auch super spannend, auch für unseren Berufszweig. Und da, glaube ich, werden wir auch noch viel drauf gucken. Das finde ich auch deswegen spannend, weil ich glaube jetzt so, und das ist jetzt auch keine wahnsinnig eloquente Analyse, aber das ist schon auffällig. Ich sage mal, nach diesem ersten Hype und so einer Ernüchterung kommt jetzt wirklich so eine Phase, wo man merkt, ah, okay, das konkret wird tatsächlich mit KI gemacht und so. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, da kommt jetzt so ein bisschen Butter bei die Fische. Total, total. Das ist auch mein Eindruck. Deswegen sehr spannend, das zu beobachten. Nachdem man so vor drei, vier Jahren oder so auf so Konferenzen immer die ganze Zeit gehört hat, ja, ja, KI wird kommen und dann so ein, zwei Jahre lang dann so ein bisschen, naja, aber eigentlich ist alles nicht so dolle, die halluzionieren die ganze Zeit und so. Ist es jetzt doch irgendwie, ne, die Spezialanwendung da in dem Feld? Und du sagst es auch im Journalismus und so. Ja, ich glaube, wir verabschieden uns jetzt auch langsam aus der Phase, wo es nur die Utopisten gibt, die sagen, das wird alles zum Positiven verändern. Und die Dystopisten, die sagen, oh Gott, das ist ja der Untergang der Menschheit irgendwie. Sondern wie du gerade sagst, ist, glaube ich, in sehr speziellen Themenfeldern gibt es gerade richtig Fortschritte. Und da wird es auf jeden Fall dann zum Einsatz kommen auch. Ja, also wer den Spektrum-Podcast noch nicht abonniert haben sollte, spätestens jetzt ist die Chance, das zu machen. Denn die 200. Episode ist eine ganz besondere. Da kann man reinhören jetzt seit diesem Freitag, wo auch destilliert erscheint, also seit dem 2. August verfügbar auf allen Podcast-Plattformen. Und natürlich kommt auch eine 201., 202. und 203. Folge. Darauf freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Ja, ein besonderer Moment, ohne Frage, im August 2024. Und das muss man vielleicht auch sagen, bevor wir dann auch nochmal auf die anderen Höhepunkte kommen. Es gibt ja mittlerweile auch, ich würde es fast mal so Spin-Off nennen, noch einen weiteren Podcast, den wir hier von Detektor FM zusammen mit den Spektrum-Leuten machen, nämlich Geschichten aus der Mathematik. Auch ein ganz besonderer Podcast. Und der ist auch eigentlich nur entstanden, weil der Spektrum-Podcast sich eben so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat. Und mittlerweile hören auch sehr, sehr viele Menschen Geschichten aus der Mathematik. Ich habe jetzt gerade die Tage erst gesehen, dass die Süddeutsche Zeitung es auch in die Podcast-Tipps mit aufgenommen hat. Also da wächst was. Das ist auch wirklich ein richtig cooler Podcast, den die Kolleginnen und Kollegen da machen. Manau Bischof, die man aus dem Spektrum-Podcast kennt, ist ja sozusagen da auch eine zentrale Figur. Und die schafft es so gut, diese manchmal drögen Mathe-Themen irgendwie in eine Geschichte zu verpacken, in eine Anekdote, in irgendwas Menschelndes, wenn man es so nennen will. Es ist wirklich cool zu hören. Also auch da große Empfehlung. Ja, das darfst du sagen. Das darf ich, glaube ich, sagen, weil wir jetzt aktiv gar nicht so direkt da drin hängen. Ich will an der Stelle dann auch, du hast Manon gelobt, auch nochmal Charlotte loben, die das auch, finde ich, journalistisch sehr, sehr gut aufarbeitet. Und übrigens ja Mathematik studiert hat. Das hilft dir. Das hilft wohl, ja. In dem Fall, glaube ich, schon sehr. Ja, dementsprechend auch da ein Tipp, wer vielleicht mal ein bisschen tiefer in Mathe einsteigen will und möglicherweise eine Geisteswissenschaft studiert hat, wie wir beide hier vor dem Mikrofon, der oder die kann da echt noch was lernen. Also das ist wirklich ein toller Podcast. Geschichten aus der Mathematik alle 14 Tage und logischerweise auch überall, wo ihr eure Podcasts so hören könnt. Und diesen August ist völlig irre. Haben wir 200 Folgen Spektrum. Ich habe gerade Geschichten aus der Mathematik auch angesprochen, so als Spin-Off. Aber es gibt noch ein anderes Jubiläum, was wir hier feiern bei Detektor FM. Und zwar feiern wir es so ein bisschen stellvertretend mit der Brandeins. Nämlich, wir hatten kurz schon angesprochen, die Brandeins ist auch ein langjähriger Partner von Detektor. Seit acht Jahren machen wir zusammen den Podcast, den Brandeins-Podcast. Und die werden dieses Jahr 25 Jahre alt. Das ist auch irre. Vor 25 Jahren voll so in dieser Dotcom-Hype-Welle, kurz vorm Scheitern, im Scheitern gegründet. Denn wollte der Spiegel sie nicht haben, dann haben sie gesagt, komm, machen wir alleine. Wir gründen selber ein Medium. Irre Geschichte. Und die haben, ich glaube, sie haben es selber so gesagt, Krise können sie. Also sie haben so viele Krisen durchgemacht. Da kam dann irgendwie der 11. September. Dann Weltfinanzkrise. Dann 2007, 2008. Dann diese ganze Euro-Krise und so. Dann, klar, Corona hast du angesprochen. Also die haben alles durch. Und währenddessen, das muss man auch sagen, seit 25 Jahren läuft ja auch eine riesige Medienkrise. Also wir haben ein Finanzierungsproblem. Wir haben ein Werbeproblem. Im Werbegelder gehen zu großen digitalen Plattformen, neue Formate entstehen wie Podcasts. Aber dafür gibt es auch alte Formate, die nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und die Brand 1 hat es irgendwie geschafft, sich in den 25 Jahren so oft neu zu erfinden und auch in Krisen neue Wege zu finden und Lösungen zu finden. Das ist schon bemerkenswert. Und da gibt es nächste Woche, also am 9. August, eine ganz besondere Folge, weil Gabriele Fischer und Jens Bergmann und ich sprechen über 25 Jahre Brand 1 und sie erzählen einfach nochmal so ein paar besondere Momente, Heftcover, die bei ihnen irgendwie besonders hängen geblieben sind. Also wirklich sehr, sehr schöne Geschichten am 9. August, 25 Jahre Brand 1, könnt ihr dann auch im Brand 1 Podcast logischerweise nochmal nachhören. Auch wirklich ohne Frage eine nicht ganz alltägliche Folge und eine absolute Hörempfehlung. Wie stehst du eigentlich zu Brand 1? Liest du die ab und zu? Kennst du die noch? Ist für mich ein klassisches Bahnhofsmedium. Also es ist ganz oft, wenn ich irgendwie beruflich irgendwo mit einem IC hintuckere, was relativ häufig vorkommt, dann ist oft eine Brand 1 auf jeden Fall auch dabei, die ich mir dann im Kiosk nochmal schnappe. Das ist auch übrigens was, was ich so als Medienmacher bis heute faszinierend finde. Die liegen ja, also besser kann man gar nicht liegen im Bahnhofskiosk. Also die Brand 1 liegt eigentlich immer neben dem Spiegel oder so. Also wenn man sich diese Kioskverteilung anguckt, dann gibt es kein Magazin, so weit würde ich gehen, was so prominent gut platziert ist im Bahnhofskiosk wie die Brand 1. Aber, sprechen wir übrigens auch im Podcast dann drüber, ist natürlich auch in den letzten Jahren weniger geworden, weil immer weniger Leute am Bahnhofskiosk noch eine Zeitung kaufen, sondern eher im ICE-Bordportal irgendwie rumhängen oder natürlich selber auf Podcast-Apps oder sonstigen Sachen, natürlich Social Media und Kram. Dementsprechend muss auch da die Brand 1, aber das ist wirklich ein wahnsinniger Erfolg, dass sie es geschafft haben. Als so kleines Indie-Wirtschaftsmagazin, neben den ganz großen, immer so prominent, egal in welchem Bahnhof, das wirst du bestätigen können, ob du jetzt in Mainz bist oder in Hamburg oder in München, die Brand 1 liegt immer extrem prominent. Aus meiner Sicht natürlich zu Recht, aber es ist trotzdem auch krass, dass sie diesen Erfolg überhaupt immer noch über die Jahre so halten können und hinbekommen haben, dass sie da irgendwie am Start sind. Letzter Tipp für den August und da, glaube ich, bist du zumindest musikalisch nicht so weit entfernt, weil ich weiß, darf ich vielleicht an dieser Stelle sagen, dass du auch gerne mal zum Immergut-Festival fährst, was ja Detektor FM auch seit Jahren präsentiert und unterstützt. Die Leoniden, wie findest du die? Ja, habe ich da, glaube ich, auch irgendwie vor ein paar Jahren mal gesehen. Die waren auf jeden Fall Headliner vor ein paar Jahren, wenn ich mich nicht irre. Und die reißen ja live wirklich einiges ab, also wirklich eine richtig gute Live-Band, eine Party-Band, die übernehmen den Pop-Filter am 19. August oder in der Woche vom 19. August für eine Woche. Und der Anlass ist, ach, da denke ich so krass, vorgestern dachte ich noch, die Leoniden sind eine neue Band, das ist ihr viertes Album. Wow, okay. So, ne, bitte. Und es heißt Sophisticated Sad Songs und das ist auch so ein bisschen der Anlass. Das heißt, vom 19. bis 25. August übernehmen die den Pop-Filter und stellen traurige Songs vor, die gar nicht so traurig klingen. Und das ist ja manchmal so, ne, dass es irgendwie so nice und bubbly ist und so, aber eigentlich heißt es, ah ja, ist alles ganz furchtbar und ich hasse die Welt. Und diese Songs, die suchen sie raus für diese Woche. Ich bin gespannt, das Versprechen ist, Heartbreak geht auch mit ordentlich Wumms. So, dementsprechend, Leoniden, wer die mag, am 19. August, kommen ja aus Kiel auch, ne, also auch, finde ich, eine bemerkenswerte Geschichte für die deutsche Pop-Kultur so. Ab dem 19. August gibt's eine ganze Themenwoche, wo die Leoniden den Pop-Filter übernehmen. Dem freue ich mich tatsächlich sehr drauf, weil ich denke, da wird die eine oder andere Folge dabei sein, die richtig, richtig hörenswert ist. Das war's eigentlich für den August. Wir haben einmal einen ziemlichen Jubiläumsrundumblick gemacht. Wir können vielleicht an dieser Stelle, weil es beim letzten Mal noch nicht so weit war, sagen, dass Teurer Wohnen, der Podcast, wo auch Charlotte Thielmann beteiligt war und viele weitere Redakteurinnen und Redakteure, tatsächlich auch noch den Deutschen Podcastpreis gewonnen hat in den letzten Wochen. Beim letzten Mal, als wir Destilliert aufgezeichnet haben, war ich noch nicht auf der Preisverleihung zusammen mit Charlotte. Jetzt ist es soweit. Auch krass, dass dieser Podcast irgendwie den Deutschen Radiopreis, den Grimme Online Award, den Deutschen Podcastpreis jetzt eben frisch und auch noch den Apple-Podcast des Jahres gewonnen hat. Krass. Aber auch, also kann ich als Nicht- an diesem Projekt teile ich da auf jeden Fall sagen, auch mit Recht. Also ich war wirklich, ich hab ja immer dann so latenten Kontakt zur Redaktion, mach eher so ein bisschen mein eigenes Ding mit Spektrum, aber man hört, als der Podcast in der Produktion war, hörte man immer so, ah, da ist was in der Mache, ah, mit dem RBB und so, ne. Und als er dann rauskam, war wirklich ich auch echt geflasht, weil es einfach ein toller und vor allem ein sehr nahbarer Podcast ist, der irgendwie ein Thema, was uns alle angeht, sehr schön und unterhaltsam, aber eben auch kritisch und journalistisch sauber betrachtet. Ja, ja. Mir hat tatsächlich in der Begründung des Deutschen Podcastpreises die Jurybegründung sehr, sehr gut gefallen, weil sie schreiben so sinngemäß, ich zitiere jetzt ganz frei, dass der Podcast nicht parteiisch ist und nicht schreit. Und ich finde, das ist so, das wollen wir ja bei Detektor FM generell sein, dass wir abwägen, dass wir nicht sagen, so musst du denken und das sind die Bösen und das sind die Guten, weil in der Regel wissen wir alle, es ist ein bisschen komplizierter, nicht nur in der Wissenschaft, sondern natürlich auch insgesamt. Und dass das so, dieser Anspruch, den wir selber haben, in diesem Podcast offensichtlich so rüberkommt, dass die Jury das auch so explizit betont, das hat mich persönlich tatsächlich sehr gefreut. Und dementsprechend danke auch für das Lob, gebe ich auch nochmal weiter an das gesamte Team. Stefan, Rabea, Charlotte, Benni natürlich. Ja. Und so viel kann ich glaube ich sagen an dieser Stelle, wir arbeiten an Staffel zwei. Aha. Also da wird auch noch was kommen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, die allerletzte Frage an meinen Gast ist immer, gibt es irgendwie ein Buch, ein Podcast, eine Serie, irgendwas, was dich in den letzten Wochen so fasziniert hat, dass du sagen würdest, liebe Hörerinnen und Hörer von Detektor, guckt euch das mal an, lest da mal rein, hört euch das mal an. Uff, ich habe mich ja dadurch, dass ich gerade einen Film zu den Landtagswahlen gemacht habe und so gerade sehr viel auch nochmal mit der Frage beschäftigt, was quasi früher in den 90er Jahren im Osten los war. Die Baseballschlägerjahre ist ein Begriff und bekannt und so und deswegen habe ich, das ist schon ein paar Jahre altes Buch, aber ich habe, wir waren wie Brüder gelesen von Daniel Schulz und genau, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Guter Journalist, guter Mann übrigens. Guter Journalist, ist ja damals glaube ich aus einem Essay eigentlich entstanden, das er zu den Baseballschlägerjahren gebracht hat. In der Taz damals. Und ich hatte das Buch irgendwie ewig auf der Readlist, die ja immer länger wird, kennen wir alle. Und jetzt war es quasi jobbezogen der Anlass, das auch in der Freizeit nochmal zu lesen. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen, weil ich finde, dass es ein politisches Buch, es ist aber auch ein Buch, was einfach eine Coming-of-Age-Sache ist und gut im Sommer spielen kann, obwohl das Thema mit Neonazis und 90er Jahren so ernst ist, funktioniert es trotzdem. Also ich habe es jetzt im Urlaub quasi gelesen, obwohl es vielleicht nicht die klassische Urlaubslektüre ist. In Ostdeutschland? Auf Rügen, auf Rügen. Tatsache, auf Rügen. Ja, dann passt es ja vielleicht doch auch ganz gut. Dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Marc, und uns über fünf Jahre Spektrum-Podcast und vor allen Dingen die 200. Episode berichtet hast. Und ich persönlich freue mich schon auf die nächsten 200. Ja, ich mich auch. Vielen Dank. Und euch allen da draußen, ja, einen schönen August. Kommt gut durch den Sommer und wir hören uns hier in Destilliert dann Anfang September logischerweise wieder mit der nächsten Ausgabe. Bis dahin. Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.